So, was erzähl er denn gerade? Achso, er hört mir auch einfach zu. Hey Tim! Achso, er hört mir auch einfach zu. Hey Tim! Hey Dominik! Wie geht's? Was geht's? Ey, also das ist wirklich... Hä? Was geht's? Ey, also das ist wirklich... Sag mal, wir haben uns auch lange nicht mehr gehört. Sorry, ich wollte mich nochmal entschuldigen bei dir, dass das mit dem Besuch bei dem... Ja, ich wollte... Ich hab mir auch überlegt, dass ich mich natürlich noch melde im Verlauf dann. Der kommt mit Woche. Dass wir da gemeinsam... Ist das schlecht! Der kommt mit Woche. Dass wir da gemeinsam... Ist das schlecht! Oh Mann ey! Ja, das ist doch toll! Also, lass doch mal gucken, ob wir vielleicht auch beide gleichzeitig runterziehen. Ja. Okay, pass auf. Vielleicht auch beide gleichzeitig. Also...